Leute, ihr werdet nicht glauben, was für eine Bombe gerade hochgegangen ist. Aber zuerst abonnieren sie unseren Kanal. Ein riesiger Skandal um Habeck ist gerade ans Licht gekommen und sorgt für Gesprächsstoff. Im Ernst, diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und ich habe zwei unglaubliche Berichte dazu, die ich kaum erwarten kann, mit ihnen zu teilen. Es scheint, dass Habeck in eine schwierige Lage gebracht wird. Und ehrlich gesagt ist es schwer zu glauben, dass nur 5% einer bestimmten Gruppe von Menschen über die Kompetenz verfügen, die wir von der Regierung erwarten. Es sieht so aus, als ob da etwas sehr, sehr Schockierendes vor sich geht. Kommen wir gleich zu den Details. Haben Sie schon von den dunklen Geheimnissen Habecks und seiner Familie gehört? Sie sagen, dass seine Vorfahren sehr mysteriöse Dinge versteckt hatten. Die Frage ist nun, was halten Sie von dieser Geschichte? Es ist ziemlich seltsam, oder? Andere AfD-Mitglieder haben diese Dinge immer verurteilt. Aber bei Habeck scheint die Situation anders zu sein, etwas faszinierend und in gewisser Weise auch beängstigend. Ich frage mich immer wieder, was ist dieses Mal schiefgelaufen? Wir haben gerade eine bombastische Information von Julian Reichel erhalten, der bereits zuvor darüber gesprochen hatte. Und natürlich können Sie Ihre Meinung auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ehrlich gesagt verstehe ich die Kontroverse um Habecks Großvater immer noch nicht ganz. Aber wird das seiner Arbeit als Wirtschaftsminister in Deutschland schaden? Das ist es, was jeder herauszufinden versucht. Es sind nicht nur die aktuellen Krisen, über die man spricht, sondern auch die Angehörigen aus der Vergangenheit. Das ist die große Geschichte des Augenblicks. Kommen wir also gleich zur Sache, bevor wir zum großen Skandal um Habeck kommen. Was in dieser Geschichte brennt, sind die historischen Details von Robert Habecks Urgroßvater Walter Granzau. Er arrangierte die Hochzeit von Josef und Magda im Dezember 1933 und hielt eine feierliche Rede. Und raten Sie mal, wer ein ganz besonderer Gast bei dieser Veranstaltung war. King Geringer ALS Adolf Hitler ALS Pate Die Mainstream-Medien bringen alte Geschichten wieder auf den Tisch, wie sie es bei allen AfD-Politikern getan haben. Und nun haben sie beschlossen, dies auch bei den Grünen zu tun. Man redete damals von allen. Und ja, es gab Leute, die sich in der SS und anderen Organisationen engagierten. Jetzt präsentieren sie das so, als wäre es eine super spannende Geschichte über die Grünen. Ehrlich gesagt finde ich das sehr beschämend. Ehrlich gesagt weiß ich nicht wirklich, was ich von all dem halten soll. Ist also hier in Deutschland alles in Ordnung oder was wollen sie jetzt behaupten? Haben, wer einen new in Boswick? Dem, wer die, should Jeb and Kanin? Sie geben Hubbecks Verwandten die Schuld an dem, was in Deutschland passiert. Und das ist wirklich kaum zu glauben. Die große Frage ist nun, hat Hubbecks Arbeit noch positive Seiten? Viele Menschen, darunter auch Experten, haben das Gefühl, dass er seine Ziele nicht erreicht. Wenn sie eine Meinung zu den Grünen haben oder finden, dass Habeck einen guten Job macht, hinterlassen sie es in den Kommentaren. Er hört ständig Kritik und es scheint, als ob die Dinge nicht funktionieren. Warum ist er also noch nicht zurückgetreten? Wird er am Ende zurücktreten oder werden sie, wie Bock bereits sagte, versuchen, Neuwahlen um jeden Preis zu vermeiden? Das fragen sich gerade viele Menschen in Deutschland. Wir reden über die Möglichkeit von Neuwahlen. Und ehrlich gesagt frage ich mich, ob irgendetwas schlimmer sein könnte als die aktuelle Situation. Manche sagen, dass die Demokratie gefährdet wäre, wenn andere Parteien die Macht übernehmen würden. Aber, liebe Freunde, ich weiß nicht, wie sie sich fühlen, aber es scheint, dass die Grünen bereits viel Schaden angerichtet haben, Reichtum zerstört und alles komplizierter gemacht haben. Könnte es also wirklich noch schlimmer kommen? Werfen wir einen Blick auf diesen Artikel, den ich super interessant finde. Es zeigt, wie Manager mit dem Hashtag Inkompetent die Fehler der Regierung bloßstellten. Das wird wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen. Und natürlich kann man auf Telegram trotzdem ein wenig darüber lachen. Wir haben schockierende Beweise für den Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft, der in der Politik zu echtem Aufruhr führt. Mal sehen, was die Experten sagen, nicht nur hier, sondern auch im Ausland. Die ehemalige Industriemacht Deutschland gerät ins Hintertreffen. Wir liegen jetzt auf Platz 24, hinter den USA, Saudi-Arabien und sogar Österreich auf Platz 26 und Großbritannien auf Platz 28. Wir sind fast auf Augenhöhe mit Ghana. Und jetzt werfen sie Deutschland vor, etwas falsch gemacht zu haben. Die Grünen sagen, wir sollten uns Beispiele wie die Mongolei oder Radwege in Peru ansehen. Das ist richtig? Es geht um neue Daten zur Entwicklung Deutschlands, dargestellt in einer sehr übersichtlichen Grafik. Es lässt sich nicht leugnen, dass dies alles mit der Politik der aktuellen Regierung zu tun hat. Unternehmen sind immer wieder mit Krisen und Schwierigkeiten konfrontiert und müssen diese meistern. Man kann nicht einfach sagen, oh, der schlechte Lieferant liefert mir die Produkte nicht. Wir haben es hier mit einer komplizierten Situation zu tun, in der jeder Verantwortung übernehmen muss. Aber es scheint, als ob einige das nicht wollen. Das sagen Saskia Essen und die SPD immer wieder. Es ist für uns alle von entscheidender Bedeutung, dies zu verstehen, insbesondere für die Deutschen. Ich fand SPD in dieser Hinsicht immer sehr interessant. Sie können kommentieren, ob sie jetzt für sie stimmen würden, insbesondere angesichts dieser Probleme. Was die Sache noch faszinierender macht, ist die Tatsache, dass sie für all dieses Chaos verantwortlich sind, wenn sie nicht die Verantwortung übernehmen und die Schuld auf andere abwälzen. Und gleichzeitig versuchen sie uns immer einzureden, dass es noch schlimmer wird, wenn andere Parteien an der Macht sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist, als würde ein Fußballspieler seine Leistung nicht erbringen, aber nicht ersetzt werden wollen. Wenn sie nicht bald eine Entscheidung treffen, wird sich die Situation noch verschlimmern. Mal sehen, ob die deutsche Politik Neuwahlen vermeiden kann. Schließlich glauben nur 5% der Menschen, dass die Regierung gute Arbeit in der Wirtschaft leistet. Das Ranking zeigt, dass wir bei der Regierungseffizienz in Deutschland auf Platz 32 liegen. Das ist überhaupt nicht gut. Top-Manager glauben, dass das hohe Bildungsniveau unsere Stärke ist. Aber da habe ich jetzt meine Zweifel. Die negativen Aspekte liegen klar auf der Hand. Die Kompetenz der Regierung, die Kostenwettbewerbsfähigkeit, die positive und offene Einstellung, die Dynamik und das unternehmensfreundliche Umfeld. Das alles treibt das Land wirklich voran. Nach Schakirinderist, das Dyes Direct Danwards-Chapsminister Habeck betrifft. Es hat nichts mit der AfD zu tun. Also lasst sie in Ruhe. Hier steht die Wirtschaft im Mittelpunkt und wir stehen vor einem großen Skandal. Mal sehen, wie sich diese Situation entwickeln wird. Was haltet ihr von all dem? Für all das scheint Minister Robert Habeck im Zentrum der Kritik zu stehen. Manche sagen, er sei nicht der richtige Job. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. In der Zwischenzeit arbeitet Deutschland weiter und wir werden bald weitere Neuigkeiten haben. Bleiben Sie dran für weitere Informationen. Wenn Ihnen das Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu teilen und unterstützen Sie uns gerne beim nächsten Mal.